Heute zeige ich dir, wie du dir das Erscheinungsbild von Logic Pro so einstellen kannst, damit es genau zu dir passt. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal einste Musikproduktion in Logic Pro. Ich bekomme immer wieder Fragen zum Erscheinungsbild von Logic. Viele haben zum Beispiel Probleme hier mit diesen Rastern im Arrangementfenster und sagen, die sind irgendwie zu dünn, ich komme damit nicht richtig zurecht. Oder wie kann ich zum Beispiel den Hintergrund im Piano Roller detail machen? Oder gibt es eine Möglichkeit, um Spuren automatisch einzufärben, wenn ich eine neue anlege? Und ja, das gibt es tatsächlich und deswegen möchte ich dir jetzt ein paar Tipps geben. Die meisten davon findest du hier oben in den Einstellungen. Du gehst einfach hier auf Einstellungen, Allgemein und dann gehst du auf Anzeige. Hier findest du die meisten Möglichkeiten, um Logic optisch für dich besser einzurichten. Und wir fangen mal hier an mit Allgemein. Ich geh mal hier auf den zweiten Punkt und zwar Informationsfenster groß. Du siehst, das hier sind die Informationsfenster oder der Infopanel hier. Und wenn du hier auf Informationsfenster groß gehst, dann hast du eine größere Schrift. Ich persönlich finde es nicht unbedingt so gut, weil du da nicht alles sehen kannst. Aber du hast ja unter Umständen auch nicht immer alles offen. Und deswegen kann es helfen oder wenn du schlecht siehst, kann es helfen, wenn hier das Informationsfenster größer ist. Was ich für mich eingestellt habe, das ist der zweite Tipp, das ist die breite Abspielposition. Wenn du hier mal den Cursor beobachtest hier, der ist so und den finde ich ein bisschen klein. Wenn ich jetzt hier auf breite Abspielposition gehe, ist er fetter. Und somit kann ich ihn viel, viel besser sehen. Also auch das finde ich sehr nützlich und ich habe das immer so eingestellt. Ein ganz guter Tipp für Anfänger ist, dass der Reiter hier Symbole im Dialogfelder neue Spuren anzeigen. Wenn ich das hier mal anklicke und das hier ein bisschen zur Seite schiebe. Wenn ich jetzt hier eine neue Spur anlege, dann zeigt er dir dieses Symbolfenster hier an. Und da bekommst du zu den Spuren hier so ein paar Sachen noch mit dazu gesagt. Also schließe eine Gitarre an und so weiter und so fort. Da wird nochmal ein bisschen genauer drauf eingegangen, was bei jedem neuen Spurtyp Audio, MIDI, Drummer passiert. Aber ich denke, das ist eher so ein bisschen für Anfänger geeignet, die sich noch nicht ganz so sicher sind. Aber es kann durchaus eine Hilfe sein, wenn du dich noch nicht ganz so gut mit Logic auskennst. Und jetzt gehen wir weiter, einfach hier auf den nächsten Reiter und das sind Spuren. Und auch hier kannst du einiges einstellen. Und besonders eine Sache finde ich hier wirklich richtig cool. Und die habe ich lange selber nicht auf dem Schirm gehabt. Und zwar hast du hier die Möglichkeit, dass du die Spurfarbe statisch einstellen kannst. Oder du kannst automatisch zuweisen. Automatisch zuweisen bedeutet, dass wenn du jetzt eine neue Audiospur anlegst, das funktioniert nur bei Audiospuren, nicht bei Midi-Spuren. Warum, weiß ich nicht. Also wenn ich jetzt hier eine neue Audiospur anlege, dann erscheint die nicht in dem typischen Logic hellblau, sondern sie erscheinen in einer anderen Farbe. Und mit jeder Spur, die du neu anlegst, die bekommt automatisch eine neue Farbe zugewiesen. Das mache ich jetzt weniger, aber manche mögen das, weil ich weise meine Spurfarben am liebsten Gruppen zu und habe das so lieber. Aber es ist tatsächlich möglich. Was viel, viel wichtiger ist und was mich jahrelang genervt hat und ich wusste nicht, dass es die Funktion gibt, ist Regionsfarbe wie Spurfarbe. Du hast die Möglichkeit einzeln oder du hast die Möglichkeit, das wie die Spurfarbe zu machen. Und ich kann dir mal zeigen, um was es geht. Wenn ich jetzt hier diese Spur umfärbe, meinen Bass zum Beispiel, und ich bin jetzt hier auf Regionsfarbe einzeln und ich färbe meinen Bass hier unten rot, dann bleibt der Bass hier oben im Arrangement-Fenster blau. Und ich habe keine Ahnung, was das für einen Sinn haben soll, warum das so ist. Und das hat mich jahrelang aufgeregt. Ich habe das dann über Funktionen immer gemacht. Da kannst du das manuell einstellen. Aber tatsächlich geht es viel einfacher so, Regionsfarbe wie Spurfarbe. Wir nehmen mal eine andere Farbe für unseren Bass, nehmen wir ein schönes Lila und zack, hast du die Spur hier im Arrangement-Fenster in der gleichen Farbe sofort und gleichzeitig wie im Mixer. Also das würde ich dir unbedingt raten einzustellen, weil alles andere macht meines Erachtens keinen Sinn. Das kannst du auch für die Marker übrigens machen, dass sie dir das automatisch zuweist. Und jetzt kommen wir zum nächsten interessanten Punkt und das ist der Hintergrund. Da haben auch viele danach gefragt. Der Hintergrund ist hier auf dunkel eingestellt. Du kannst ihn aber auch hell einstellen. Gruselig für mich. Und jetzt kannst du hier auch noch die Rasterlinien verdicken oder verdünnen oder je nachdem sogar für Vertikale und Horizontale, wie du möchtest. Du kannst die entweder weiß lassen und ich kann die jetzt hier einfach ausdimmen. Und so kannst du dir das einstellen, wie du es gerne haben möchtest. Ich kann es auch hier wieder schwarz machen und kannst es dicker und dünner machen und kannst es so einstellen, wie es für dich am perfektesten passt. Also ich finde das weiß persönlich gruselig. Du kannst übrigens auch noch dieses Erscheinungsbild hier selber einstellen. Also ich kann hier auch die Farbe jetzt mir so einstellen, wie ich es gerne haben möchte und dann nochmal eigene Nuancen rausfinden. Aber ich bin eigentlich so mit der Grundeinstellung dunkel, bin ich ganz zufrieden. Und ich lasse auch die Rasterlinien automatisch. Finde ich jetzt nicht so tragisch. Ich komme damit eigentlich ganz gut zurecht. Und damit springen wir mal hier weiter runter. Und das sind farbschattierte Loops. Das ist auch eine sehr, sehr gute Funktion, um zu unterscheiden oder schnell zu sehen in deinem Arrangementfenster, was sind Loops und was sind keine Loops. Also farbschattierte Loops. Du siehst hier, ich habe hier diese Kuba Percussion und auch der Metal Shaker sind Loops. Und wenn ich jetzt hier auf farbschattierte Loops gehe, dann siehst du, dass die Loops hier oder ab wann der Loop wiederholt wird, dass das hier dunkel gemacht wird. Und das finde ich super zur Übersicht. Ich habe das immer angeschalten. So kann ich schnell sehen, was ist ein Loop, wo hört der auf oder wie lang loopt der. Das ist für die Übersicht wirklich ein sehr, sehr cooles Feature. Und damit kommen wir zum Mixer. Beim Mixer kannst du was Lustiges einstellen und zwar, wie schnell sich die Fader hier bewegen. Das ist sehr spannend. Du siehst es hier, wie die Reaktionszeit ist. Wenn ich jetzt also hier meinen Mix laufen lasse, dann siehst du, die Fader bewegen sich normal, so wie du es kennst. Ich kann sie aber auch sehr langsam laufen lassen. Jetzt siehst du, dass die Fader sich wesentlich langsamer oder fast zeitverzögert schon bewegen. Und ich kann sie auch sehr, sehr hektisch laufen lassen, siehst du. Das finde ich zu krass und ich lasse das auch immer in der Grundeinstellung. Aber vielleicht in manchen Situationen ist es dir zu hektisch. Möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Und dann möchtest du vielleicht, dass sich die Fader langsam bewegen, weil dir das sonst zu sehr auf die Nerven geht. Kleiner Zusatztipp vielleicht noch zum Mixer. Du kannst auch, wenn du jetzt ein Projekt hast, das nicht so viele Spuren hat, kannst du dir hier, an diesem Eck hier, kannst du dir die auch breiter stellen. Dass du ein bisschen mehr Platz hast, kannst du unten dann auch mehr reinschreiben bei der Beschriftung. Kann nützlich sein, bei größeren Projekten habe ich meistens so, dass ich die maximale Anzahl an Spuren sehen kann. Gehen wir mal weiter noch zu den Editoren. Und hier hauptsächlich zur Pianorolle. Das ist auch die einzige Auswahlmöglichkeit. Also hier hast du tatsächlich die Möglichkeit, einen hellen Hintergrund, den ich auch absolut gruselig finde. Aber manche haben mich danach tatsächlich gefragt, also einen hellen Hintergrund einzustellen, wem es gefällt. Also ich finde es irgendwie, ich finde es schrecklich. Ich kann so gar nicht arbeiten, finde ich ganz schlimm. Und besonders wenn du länger arbeitest, ist es besser, ja. Ich habe da immer gern den dunklen Hintergrund, finde ich viel, viel angenehmer für die Augen. Und Logic hat ja auch nochmal einiges getan mit den Farbnuancen hier, die eigentlich immer ganz nett aussehen. Gehen wir weiter zu den Tastaturkurzbefehlen. Du kannst dir in Logic Tastaturkurzbefehle, da kommst du auch hier über Logic Pro Tastaturkurzbefehle rein, und zwar über Bearbeiten. Du kannst dir über Logic eine Vielzahl von Tastaturkurzbefehlen selbst anlegen. Und du siehst hier auch immer direkt, du kannst dann nach dem Befehl suchen. Du musst natürlich wissen, wie der Befehl heißt. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel möchte, wenn ich zum Beispiel wissen möchte, wie heißt zum Beispiel Werkzeug. Ich kann mir auf Werkzeug gehen. Ja genau, dann ruft er mir schon alles auf, Werkzeuge einblenden und so weiter. Also das kannst du hier raussuchen. Und du kannst tatsächlich auch einen Tastaturkurzbefehl eingeben, wenn du nämlich hier auf gedrückt gehst. Das ist auch noch ein guter Bonustipp. Und möchtest wissen, ja, was ist denn W? Und W ist in dem Fall hier Automationskurvenwerkzeug, jetzt in meinem Fall. Ich weiß, dass ich zum Beispiel auch sehr oft mit T arbeite. T ist bei mir, genau, Abspielposition teilen. Und so weiter und so fort. Also wenn du dir nicht sicher bist, was für ein Befehl oder wenn irgendwas nicht funktioniert, habe ich eigentlich angelegt. Erst auf gedrückt gehen, dann die Taste drücken. Und dann kannst du gucken, welchen Befehl du da draufgelegt hast. Du kannst hier zwischen verschiedenen Optionen wählen und zwar Tastenbeschriftung lernen. Und wenn du hier drauf gehst, dann sagt ja ihr dir auch den Unterschied zwischen Tastenbeschriftung lernen und Tastenposition lernen. Also ich arbeite sehr, sehr viel mit Shortcuts. Ich habe mir eine Vielzahl davon angelegt. Zu viele ist schwierig, weil dann vergisst man schnell was. Aber trotzdem bringt es wirklich sehr viel. Und ich arbeite einfach gerne mit der Tastatur, als immer nur mit der Maus rumzufummeln. Apropos Maus, das haben mich auch viele gefragt. Und zwar siehst du ja jetzt hier, dass ich hier oben zwei Klickzonen habe. Das heißt, ich habe hier mein Klickwerkzeug oder mein Zeigerwerkzeug und ich habe hier mein Marquiswerkzeug über das Command-Klick-Tool. Das heißt, wenn ich Command gedrückt halte, dann siehst du schon, dann wird der hier oder wird es hier zum Command-Klick-Tool. Und man kann sich aber auch noch ein drittes anlegen. Und das wird auch oft gefragt, deswegen zeige ich dir das noch kurz. Das geht auch hier über Einstellungen, Allgemein. Und dann musst du hier auf Bearbeitung gehen. Einstellungen, Allgemein, Bearbeitung. Und dann ist das hier, die rechte Maustaste. Im Moment öffnet es das Werkzeug- und Kontextmenü. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Rechtsklick mache, öffnet er mir die Werkzeugkiste. Und wenn ich mir jetzt ein drittes oder kann einem Werkzeug zugewiesen werden hier auswähle, dann siehst du schon hier, dass ich jetzt hier die Möglichkeit habe, mir noch ein drittes Werkzeug, zum Beispiel eine Schere oder was auch immer, kann ich mir anlegen. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit Rechtsklick draufgehe, da wo der Cursor ist, mein schöner, dicker Cursor, dann kann ich hier diese Region zum Beispiel teilen. Das war es soweit mit meinen Tipps. Hast du jetzt vielleicht noch Tipps, die ich hier vergessen habe zu sagen? Oder hast du noch Fragen? Habe ich irgendwas vergessen? Dann schreib es mir einfach unten in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben oder über neuen Abonnenten. Und wir sehen uns schon bald wieder im nächsten Tutorial. Bis dann!